Ja, 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 Prost, Prost, Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League, zusammen mit Michael. In Fortnite aber Rocket League, ne, nicht normales Rocket League. Tschüss. Wie hat er Shabby geschafft? Raus. Shabby ist hinter mir. Kann gleich knallen, knallen. Ich bin auf dem zweiten Platz. Oh, ist da jemand gegen geknallt? Oh, Knabberlein. Entweder ich gehört zwar, aber... ... ... ... ... Nein! Ich bin für heute auf der Angst! Oh, F***! Hä? Ja! Ja, Micha ist auch falsch! Einfach was schaden! Hast du wegen mir, ey, gesagt? Michael! Hab ich dich gut überholt? Ich bin kurz als erster, du, Ronny! Nee! Deine Typer erster, Johann! Hallo, ich wäre zweiter gewesen, wenn die voll die Toten hätten nicht... Ich kann die Fragen gemacht hätten! Es war... Heiß! Ich frage mich nur, warum jetzt zurück zur Lobby sind! Ja! Ja! Ich bin sehr gut, ich bin aber ab! Essen! Ich packe kurz was aus! Ja, ja! Nur meine Hände! Ja! Ja, ja! Ich bin sehr gut aus! Ja, ja, ja! Ich bin sehr gut aus! Und deine mischt sich ein, wenn ich mit dem alten Operator Wieso? Na, keine Ahnung Dann kam sein Kollege, dann sagt er, der Kollege, nimm mal den gelben Welchen gelben? Mit dem Charakter Wie? Na, mit Vollmond redet man nicht Doch, du darfst das Oh, die ist schon groß, meiner Hand Tschüss Achso, ich mach mal lieber zu, dass keine Tierchen da reinkommen Toast Toastie Hast du mir Toastie auch schon geschickt? Toastie Wieso? Michael, Film von hinten Sehr lustig Oh, Michael ist auf dem ersten Ja, nicht mehr lange, wo schon einlögt Da hol ich dich gleich Miau Süß Alter 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 Bei mir wird nur gerammt Hast du es gesehen, Michael, wie ich dich verholt habe? Hm Deine wollte sabotieren Tschüss Tschüss Oh nein, ich helfe, wir sind da wieder. Oh nein, ich helfe. Lala 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 Nächstes renn Ja Auf 2 Ja Auf 4 Mach mal 2 Finger runter bei mir 2 4-2 Ah sag so was Doch zu 5 5-2 were you also auch zwei nee doch ha 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 hihihi ach schön freunde wenn mich nicht mehr hinter mir ist mh Nur am Essen! Das musst du grad sagen! Kekse! Hol' gleich mal ne Kekse! Nein! Lecker Kekse! Dömer! Wurde, schön wirken, ordentlich einpacken. Dömer... Was er frisch bleibt? Wie frisch? Kennt sie aus mit einem packen! Meiner Antwort! Warte mal, dein Finger! Ist auch schön ein Ex machen! also so hier weißt du was das überhaupt bedeutet wird na so hier das heißt verliebt ist klar verliebt verlob verheiratet ja nein ja irgendwie ging der text heute bitte macht kein wasser marsch wenn ich leist bin los ich glaube gleich in 321 1 hätte das wäre jetzt lustig gewesen mensch wie lange sucht der denn jetzt habe ich ein geschenk wir sind zurück im problem die gegner versuche zu lang wirklich ja ach sagt sowas freunde ich lass meinen apple auf oder funktioniert das noch nett ist tot weil ich da auch WhatsApp drauf hatten und das muss auch mal geladen werden da sind meine Klassengruppe drauf was ich auf eh nicht drauf achte ja guck hast da einen Apfel wo ist mein Döner ey no den hätte ich sonst nie einpacken gebraucht ach komm leck mich doch alle am Arsch ich musste mal aufnehmen wieso na mit leck mich doch am Arsch und das bis Gott macht doch das nicht richtig Freunde bei mir gab's heute Pizza Spaghetti und jetzt der Döner nur am futtern sehr witzig nur am futtern oh Sarah ist da eine Freundin ist da sehr lustig tschüss weg 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 причайте weg weg Hallo Flash, gut und günstig, gut und knackig Hallo Tschüss Ein aufgehalten Boah, Alter, Scheiße, wie kommt jetzt deine Karre durch? Freunde, wir mussten gewinnen, ich kann sagen Boah Ach, Scheiße, was habe ich gemacht? Dreck Boah Oh, konnte deine nicht richtig fliegen? Oh, das tut mir aber leid Oh, das tut mir leid, ich muss nicht so ein Tripper Ich muss den Toten... Na... Es wird aufgesiegt... Guck mal welchem Platz ich bin... Ja... Mointer... Weil die voll die Toten mich weggerannt haben... Hast du es gesehen? Ich wollte hier... Ich schau mal zu... Ich guck mal wo er ist... Oh Gott... Oh Gott, das ist Sarah... Hä? Was macht die da? Hä? Was macht die da? Hä? Nächstes Rennen... Nur 2 Minuten... Ja... Ich habe gerade zugeguckt... Der hat nur Unfälle gebaut... doch wirklich jetzt... da... Hmm... Lecker... Michael... Hä? ist das wohl so eingestellt oder was dann esse ich mein schöner was ich immer hallo das sagt auch immer schöner macht schöner was ich ja bin gibt man ein küsschen auf mein dünner warum nicht müde nein doch michael guck mal schön von unten du weißt was ich damit meine essen da habe ich mich verschluckt weg mit dir ja da habe ich mich Oh Boi Schönen... Blaupussy! Nein! Nein, wenn Michael gewinnt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Lalalalalal. Ich hab Platz, bist du? Scheiße! Nein, dritter bist du. Ich hab schon gesagt, Twitter. Ich hab ein Foto verstanden. Ey, wir haben fast gleich. Komm auf die Uhr. Hätten wir werden zurück zur Lobby geschickt? Na warte. Ich hab hier gekleckert. Na ja. Essen. Essen. Och nee, das kann nicht sein. Mensch. Noch eine Runde und dann geh ich ein Omschi. Ein Omschi. Kommst du da mit? Omschi. Oh Gott. Was sag mein Apple? Lädt noch. Guck mal, den Zeichen-Symbol an. Da bist du! Ja! 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 mich als aufmerksam ist das müsstest mit das müsstest du mit lenkrad spielen nein ich hasse dich lenkrad ich habe voll nicht tot Handy ist oben Handy ist oben Boah, fetter Scheiße Weg mit Gering, Bettinon Tschüss Boah, fetter Scheiße Nein, ich bin runtergefallen Michael kann nicht erst so sein Wer ist der Killermaster? Oh ja Obst du zurück zur Lobby? Also nein, wir werden doch eh zackgeschickt gleich Freunde, das war's jetzt mit diesem Video Ach, ich drück jetzt zurück Jetzt hab ich keinen Nerv dazu Freunde, das war's jetzt mit diesem Video Lasst ein Like, ein Abo da Schaut auch gerne beim Video Sag, sag du mal, wir wollen Und geschaut sollen Videobeschreibung Ja, Videobeschreibung Beschreibung Und dann wünsche ich euch einen schönen, traumhaften Tag Tschüss Tschüss Und Leute, haltet euch die Worn steif Was mich ja jetzt sagen würde Tschüss 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 Tschüss